Willkommen bei Landhaus die Arche mit Tom und Elaine Waters von Restoration International mit dem Thema Wir können es schaffen. Glaubst du das? Wir können es schaffen. Was immer Gott uns bittet zu tun. Es war auf einem unserer Restoration International Familien Camps in diesem Jahr und es ist meine Gewohnheit, dass ich morgens, bevor der Tag anfängt, rausgehe und meine Bewegung war noch ganz dunkel im Zeltlager und ich bin da draußen beim Joggen. Von dem Platz, wo die Veranstaltung war, bis zur Hauptstraße war es etwa so zwei Kilometer. So bin ich also in meiner zweiten Runde. Ich wollte insgesamt vier Kilometer laufen. Überall noch stille und ganz dunkel. Und ich gehe so den stärksten Anstieg hinauf und plötzlich ist da eine Stimme in der Dunkelheit. Du kannst es schaffen! Und ich habe es geschafft. Es ist nicht so alltäglich, dass da Stimmen aus der Dunkelheit kommen. Und ich erzähle diese Geschichte in dem gleichen Camp Meeting am Ende, als ich diese gleiche Botschaft bringe. Denn mir war schon klar, dass es ein Mensch war. Ich habe das nur nicht erwartet, da in der Dunkelheit. Aber es war in dem Moment wirklich eine Ermutigung für mich. Und es hat mich wirklich motiviert. Und es hat mir neue Energie gegeben. Und dann war da die Person, die das zu mir gesagt hatte, kam zu mir nach dem Vortrag. Und sagte, ich war die Stimme. Ich sage, danke für deine Ermutigung. Wir brauchen Ermutigung. Weil wir es schaffen können. Wir müssen das glauben. Jesus sagt, wenn du glauben kannst, alle Dinge sind dem möglich, der da glaubt. Das ist begeisternd. Seid ihr begeistert darüber? Wir haben während der Jahre, die wir Seminare halten, festgestellt, dass es immer drei Gruppen von Menschen gibt. Manchmal kommen sie sogar in drei Gruppen zum Seminar. Die erste Gruppe, die kommt, ist folgende. Die sind begeistert, jetzt auf dieses Seminar zu gehen. Die möchten eine engere Beziehung mit Gott. Und sie sind ermutigt, dass sie in dieser Zeit alle zusammen Gott näher kommen können. Sie kommen ermutigt. Eine andere Gruppe von Leuten kommt zum Seminar. Diese Leute kommen total überwältigt und beladen mit den Verantwortlichkeiten des Lebens. Und während sie dann da sitzen und sich die Vorträge anhören, werden sie noch viel mehr niedergeschlagen. So nach dem Motto, ihr meint also, wir müssen das ändern und das und alles soll anders werden. Das klappt sowieso nicht bei uns in der Familie. So tragen sie also eine schwere Last und sie sind davon überwältigt. Dann gibt es eine dritte Gruppe von Menschen, die zum Seminar kommen. Sie sind entmutigt. Unsere Familie ist ein Chaos. Unsere Kinder sind außer Kontrollen. Unsere Ehe ist kurz vor dem Zusammenzerbrechen. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwas gibt, was dieses Chaos verändern kann, in dem wir leben. Wir werden niemals so sein wie die anderen Leute, die wir beim Seminar sehen. Und so fahren sie fort in der Enttäuschung und in der Entmutigung zu leben. So jetzt möchten wir einen Moment innehalten und euch denken lassen. In welcher Gruppe seid ihr hierher gekommen? Also ihr müsst das nicht laut sagen. Es sei denn, ihr seid wirklich ermutigt. Aber der Schlüssel ist doch, selbst wenn das der Zustand ist, in dem sich ihr euch gerade befindet, dann müsst ihr nicht in diesem Zustand bleiben. Wir können alle von hier weggehen und uns entscheiden, in der Kategorie zu sein, die Gott für uns im Sinn hat. Wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Wenn du jetzt nur entmutigende Gedanken denkst, dann wird alles zu dir auch in einem entmutigenden Paket kommen. Wenn du dich entscheidest, ermutigt zu sein, wenn du dir sagst, ich weiß, Gott hat gute Dinge im Sinn für meine Familie, dann kannst du von hier gehen und sehr ermutigt sein. Bereit für das, was Gott für uns tut, in uns und durch uns. Das ist aufregend. Und Gott hat gute Dinge für uns bereit. In der Bibel finden wir das Gleiche. Christus versammelt seine Jünger um sich. Darüber werden wir lesen. In Johannes Kapitel 6. Diesen Vers können wir nicht vergessen, der ist wirklich gut. Johannes Kapitel 6. Vers 47. Jesus spricht hier. Er sagt, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Er, der an mich glaubt, hat everlastende Leben. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Das ist eine gute Nachricht. Das ist aufregend. Nicht wahr? Ich denke, das ist toll. Diese Leute, die um Jesus herum sind, inklusive seiner Jünger, denken, das ist eine wunderbare Nachricht. Wir müssen einfach an Jesus glauben. Er ist ja bei ihnen gerade. Er ist ja bei ihnen gerade. Angesicht zu Angesicht. Das ist der Jesus, der Wunder wirkt für die Leben der Menschen. Das ist der Jesus, der die Toten auferweckt. Das ist der Jesus, der verkrüppelte Menschen heilt. Und jetzt sagt er, wenn ihr an mich glaubt, habt ihr ewiges Leben. unglücklicherweise endet die Geschichte nicht hier. Denn einige Verse weiter unten in Vers 60 Sagt Johannes, dass viele seiner Jünger, die das hörten, sagten, das ist eine harte Rede. Nun, der Teil über das ewige Leben, das war keine harte Rede. Aber welcher Teil war hart? Jesus sagt, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Mit anderen Worten, ihr müsst wirklich Gemeinschaft mit mir haben. Ihr müsst mein Leben in euch aufnehmen. Teilhaben an meinem Leben, mit dem Weinstock verbunden sein. Das war die harte Botschaft. Und wisst ihr, es ist für uns auch noch eine harte Botschaft in der Generation, in der wir sind. Und dann heißt es, viele von ihnen gingen mit ihm nicht weiter. Und dann fragt Jesus die Jünger, die mit ihm noch bleiben. Die zwölf, die um ihn herum sind. Werdet ihr auch weggehen? Was sagen sie? Wo sollen wir denn hingehen? Sie waren mit Jesus lange genug gewesen, um zu wissen, das war besser als alles andere, was sie vorher im Leben hatten. Und ich hoffe, das ist auch unser Verständnis heute Abend. Wo sollen wir denn hingehen? Ich möchte sicher nicht dahin zurückgehen, wo ich herkomme. Und wie steht es mit dir? Also gehen wir doch den ganzen Weg mit Jesus. Denn die harte Botschaft ist eine gute Botschaft. Und wir möchten bei Jesus bleiben. Eine andere Frage zum Nachdenken an euch. Wir alle mögen in verschiedenen Gruppen hierher gekommen sein. Aber wir können alle von hier gehen, wenn das Seminar vorbei ist, in der gleichen Gruppe. Und es ist unsere Entscheidung jetzt, wo wir uns wiederfinden möchten. Es ist unsere Entscheidung, ob wir von hier ermutigt weggehen möchten, oder überwältigt oder entmutigt. Es ist eine Entscheidung. Und das Aufregende ist, wenn wir eine Entscheidung fällen, diese Entscheidung, ich möchte von hier weggehen und ermutigt sein, es wird vielleicht schwierig werden, aber ich weiß, Gott hat mir den Sieg schon versprochen. Dann wird Gott dieser Entscheidung Kraft verleihen und wir werden in unserem Leben den Unterschied erfahren. So, die letzten Tage waren wir zusammen. Und wir haben drei wichtige Bereiche unseres Lebens betrachtet. Der erste Bereich ist unsere persönliche Beziehung mit Gott. Der zweite Bereich ist unsere Ehe. und wie Gott mit unserer Ehe verfahren möchte. Und der dritte Bereich ist, wie Gott mit uns arbeiten möchte, als Eltern, als Familie und als Alleinstehende, die Teil sind der Familie Gottes. Gott möchte nicht nur mit uns arbeiten, er möchte uns neues Leben geben in diesen Bereichen. Was wir jetzt machen möchten, ist noch einmal kurz jeden der Bereiche kurz ansprechen, über den wir in den letzten Tagen gesprochen haben. Und während wir jetzt einen kurzen Rückblick machen, ist es eine weitere Möglichkeit für uns zu erkennen, dass da Gott ist, bereit uns Kraft zu schenken und uns zu beleben, die Veränderung in unserem Leben zu machen, die er für uns vorsieht. Weil wir es schaffen können. Wir erinnert euch, wir haben begonnen mit einer Betrachtung von diesen bösen Unterstellungen. Aber wir sind da nicht geblieben. Wir haben gesagt, dass wir diese bösen Vermutungen, Unterstellungen ersetzen wollen durch positive Vermutungen. So wie Gott möchte, dass wir denken. Wir haben darüber gesprochen, dass alles in unseren Gedanken seinen Anfang findet. Gott möchte das ersetzen. Aber er braucht dazu unsere Entscheidung. Wenn wir wissen, dass das, was wir denken, nicht richtig ist, dann ist der Heilige Geist da, um zu uns zu sprechen und uns zu ermutigen, dass da ein besserer Weg ist. Die Entscheidung ist bei uns. Dass wir diese bösen Gedanken ablegen und diese positiven Gedanken annehmen, die uns in die richtige Richtung tragen. Wir haben also direkt am Anfang über die Wichtigkeit unserer Gedanken gesprochen. Denn alles andere, was dann folgte im Seminar, gründete sich auf dieser Frage, wo sind meine Gedanken, in welche Richtung laufen sie. Vergesst nicht, wir sind nicht der, der wir denken, dass wir sind. Wir sind das, was wir denken. Also wenn du nicht magst, was du da denkst und du willst so nicht sein, dann können wir uns dazu entscheiden, anders zu denken. Dann haben wir darüber gesprochen, wie ich ein persönliches und freudiges und bedeutungsvolles persönliches Andachsleben haben kann. Warum auch sollte ich Zeit mit Gott verbringen, wenn das eine ganz langweilige, trockene Geschichte wäre? Würde das uns dann motivieren, während des Tages Christus ähnlich zu sein? Nicht im geringsten. Aber wenn wir uns entscheiden, eine persönliche Beziehung mit Gott aufzubauen, im Gebet und im Studium seines Wortes, dann stellen wir fest, dass unsere Liebe zu Gott wächst, unsere Sehnsucht danach, mehr wie er zu werden, wächst, und er ändert sogar die Motive unseres Herzens, wenn wir in gewisse Situationen kommen und wir reagieren dann anders. So sind wir aufgerufen, jeder von uns hier, wir selber eingeschlossen, Gott die Gelegenheit zu geben, ganz zu einer Realität zu werden in unserem Leben und dass wir selber eine bedeutungsvolle Zeit mit ihm verbringen, indem wir uns mit ihm verbinden. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir unser Geld richtig managen. Was ja eigentlich gar nicht unser Geld ist. Wir sind nur die Verwalter, wenn wir das so sehen. Seien wir nicht ängstlich davor, zu schauen, wie wir das Geld eigentlich verwenden und wo es hingeht. Dass wir schauen, wie wir Gott hier an erste Stelle setzen und wie wir dann als Familie zusammenkommen und schauen, wie wir unser Geld ausgeben. Dass wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, dass wir einen Budgetplan aufstellen und beständig und ernst machen, damit, aus Schulden herauszukommen. Der weise Mann sagt uns, dass der, der leidt, ist der Diener zu dem, der verliehen hat. Und ich weiß nicht, wie es hier in Deutschland aussieht, aber der Gedanke, dass ich in der Pflicht von jemandem stehe, ist kein besonders schöner Gedanke. Wenn wir darüber sprechen, ein Diener zu sein gegenüber jemand anderem in Bezug auf Geld, ist keine gute Situation. Wenn wir also in Schulden sein müssen, dann müssen wir das sehr verantwortungsvoll tun. Aber es ist auch so, dass wenn wir nicht genügend Bargeld haben oder Geld auf dem Konto, um ein Haus zu kaufen, heißt nicht, dass wir grundsätzlich kein Haus kaufen sollten. Also, dass wir da keinen Kredit für aufnehmen sollten. Aber es heißt, dass wir nicht in Schulden gehen sollten wegen anderen Konsumgütern. Mit anderen Worten, wenn die neuste Technologie rauskommt, oder wenn sich die Kleidungsmode verändert, der neue Stil kommt raus, dann muss ich meinen ganzen Kleiderschrank austauschen. Wir müssen es Gott zulassen, Zugang zu uns zu haben im Bereich unserer Finanzen. Wer von euch hätte gerne mehr Geld? Wer von euch hätte mehr Geld, wenn er sein Geld besser einsetzen würde, besser einteilen würde? Ist das nicht toll? Auch für uns war das sicherlich eine Herausforderung, aber es hat uns begeistert und es hat sogar Spaß gemacht, sich an ein bestimmtes Budget zu halten. Weil wir dann plötzlich festgestellt haben, dass der Stress weg ist. Wir waren nicht mehr so in dieser ständigen Angst, reicht das Geld noch oder nicht. Wir hatten jetzt einen Überblick. Weniger Stress in deinem Leben, mach ein Budget. Finanzen können das Leben sehr stressvoll machen. Aber wir können es tun. Wir haben dann gesprochen über die Vorzüge und den Gebrauch von solchen elektronischen Geräten. Und ihr wisst besser, was das alles ist, besser als ich. Ihr habt ja diese Technik-Freaks unter euch. Freaks, okay, Technik-Freaks. I got that. Or a term that a couple of us in America use is the techno-dummies. Und dann auf der anderen Seite gibt es die Technik-Dummies. Which means... You don't have that word in German, huh? We use dummies as well. Okay. Also die Technik-Unkundigen. Oh, that sounds like a good word. But the point is... Der Punkt ist doch folgender. Because people like me, I really have to work hard to learn how to run things and understand things and get them to work right. Menschen so wie ich, die sich sehr anstrengen müssen und viel lesen, um so ein Ding richtig zu benutzen. I put myself in the category of techno-dummy. Ich wäre selber eine technisch Unbegabte. All I am doing is simply typing a Word-Document. Alles, was ich tun kann, ist so ein Word-Dokument schreiben. Und dann auf einmal ist es weg. I don't know where it went. Ich habe keine Ahnung, wo es hin ist. I don't know why it went away. Und ich weiß auch nicht, warum es weg ist. And I can't find it. Ich kann es auch nicht mehr finden. Und dann gehe ich zu meinem Mann. Und er hat viel gelernt in diesem Bereich. Haven't you, dear? I think so. Ja, ist das nicht so? Ja. Not a lot about technical things, but a lot about... How to deal with the techno-dummy. Also nicht so sehr im technischen Bereich, aber wie ich mit meiner Frau dann umgebe. Because for those who it comes more natural, they tend to say something like, it's really easy. Für die, für die das alles sehr natürlich ist, die sagen dann immer, das ist doch eigentlich ganz einfach. And if it's really easy, then I must be really dumb, because I don't know why it went away. Und wenn das aber so einfach ist, dann bin ich ja noch viel dümmer, weil ich habe ja noch nicht mal eine Ahnung, warum es jetzt weg ist. So, he says, honey, that happens to everybody. Und ich, that's what he says? Yes. Er sagt dann immer, Liebling, das passiert auch anderen Menschen. Das passiert jedem. Because it's happened to him before, too. Weil es ihm auch schon passiert ist. Und es ist sogar zu unserem Büroleiter passiert, und der ist eigentlich sehr technisch versiert. Und eines Tages ruft er mich an und sagt, ich wollte dir nur sagen, mir ist das jetzt auch passiert. Weil er hat immer gesagt, you probably just hit a button. That's the wrong button. You just probably hit a shortcut command you didn't know you hit. Du hast wahrscheinlich irgendeinen Shortcut gedrückt. I said, I know, I know all that stuff. Und dann sage ich immer, ja, ja, ich falle. I'm telling you, the thing just went away. Alles, was ich dir sage, ist es einfach weg. So he called me one day, he said, it happened to me. Und dann rief er in das Tagesabend. I said, praise the Lord. He said, it's really good. Dann sage ich dem Herrn, sei Dank. Also, they're good tools. Also, they're good tools. But they can be traps. Aber sie können fallen sein. Und wir haben auch über die Gefahren gesprochen, die uns begegnen können durch diese Geräte. Und wir haben da ausgiebig drüber gesprochen, deswegen hier jetzt keine Details mehr. Aber wenn wir feststellen, dass wir da in Bereiche vordringen, auf unseren technischen Geräten, wo wir nicht reinschauen sollten. Und woher wissen wir das? Well, if anybody walks in the room, you quickly press the button so it goes away, right? Das stellst du dann fest, wenn du das machst, und dann kommt jemand in den Raum und du drückst schnell irgendeinen Knopf, dass es weggeht. That's a pretty good indication, you're being somewhere you don't belong. Dann ist das ein guter Hinweis darauf, dass du gerade irgendwo geguckt hast, wo du eigentlich nicht schauen sollst. Aber selbst wenn du gute Sachen machst, wenn dich das kontrolliert oder du abhängig wirst, dann ändert sich die Eigenschaft, dass es eine Hilfe sein soll und ein Werkzeug, dahingehend, dass es jetzt eine Falle für dich geworden ist. Wir können uns also entscheiden, ob wir die Technologie benutzen wollen als ein Werkzeug oder als eine Falle für uns, ein Fallstrick. Heute Morgen habe ich gesprochen über einen Gott, der keine Fehler macht. Und wenn wir diese Sichtweise haben auf Gott, verbunden mit dieser wachsenden Erkenntnis und Überzeugung, dass Gott das Beste für mich im Sinn hat, kann die Art und Weise verändern, wie ich auf die Schwierigkeiten im Leben reagiere. Diese schwierigen Situationen, in denen wir nicht unmittelbar verstehen, warum das jetzt passiert, dann können wir da an einen Gott denken, der gesagt hat, ich liebe dich mit einer immerwährenden Liebe. Ich habe einen Plan für dich, dir ein hoffnungsvolles Ende zu geben. Ich möchte, dass du Frieden hast. Ich möchte, dass du weißt, dass alle Dinge dir zum Besten dienen. Das ist der Gott, der möchte, dass wir wissen, dass er all das Beste für uns hat, auch wenn es manchmal sieht, wie all das Schlechteste ist. Wir werden es nach und nach verstehen. Vergessen wir nicht, Gott macht keine Fehler. So, hier könnten wir jetzt abschließen. Alles, was uns im Leben begegnet, ist vorher an Gottes Angesicht vorbeigegangen und ist gewogen worden, bevor es zu uns ist. Das ist ein ermutigender Gedanke, nicht wahr? Und sogar unsere eigenen falschen Entscheidungen können durch Gott in etwas Gutes verwandelt werden für uns. Und wir hatten noch ein Thema, was wir in dieser Woche besprochen haben. Das hat zu tun mit unserer persönlichen Beziehung zu Gott. Und es ist für jeden hier in diesem Raum. Und es ist, wie wir unsere Zeit nutzen. Die Frage, wie verwende ich meine Zeit? Weil Zeit ist ein Wert, das Gott uns gegeben hat. Die Zeit ist ein wertvolles Gut, was Gott uns gegeben hat. Es ist ein Talent. Es ist eine Möglichkeit, die er uns gibt. Aber wie setzen wir das ein? Setzen wir es ein für die Dinge, die er möchte, dass wir damit tun, oder vertrödeln wir die Zeit? So sind wir alle aufgerufen, auf unsere 24 Stunden zu schauen, jeden Tag. Und wir haben damit angefangen, unsere Stunden zu untersuchen. Und was tun wir, um diese kleinen Momente am Tag einzufangen und zu investieren, um etwas für ein besseres, glücklicheres Leben und etwas zu erreichen? Es kann auch sein, dass ich diese Momente benutze, um mich um Ruhe zu finden und mich zu erfrischen von dem Stress des Lebens. Wie wir unsere Zeit nutzen, wird einen Einfluss haben auf die Art von Beziehung, die wir mit unserem Erlöser haben. Wir haben über Ehe gesprochen. Das ist ein ganz besonderes Thema. Und das ist auch unser Lieblingsthema, ja. Und wir haben über das Gebet der Liebe gesprochen in der Ehe. Was in unserem Leben so machtvoll ist. Und unsere Hoffnung ist wirklich, dass ihr einige von diesen Ideen nehmt und anwendet und ausprobiert. Wir sind ja hier, um euch zu sagen, dass es funktioniert. Also erinnert ihr euch noch an die Gebete der Liebe? Wenn ihr es nicht mehr wisst, dann besorgt euch die DVDs und dann schaut es noch einmal an. Wir müssen wegkommen von den Gebeten, die diesen Ich-Fokus haben. Herr, kannst du nicht irgendwie zu meiner Frau durchdringen und sie verändern? So ein selbstzentriertes Gebet ist schlimmer als das Schlimmste, was es gibt. Sagen wir doch lieber, Herr, öffne meine Augen. Hilf mir, der Mann zu sein, der die Bedürfnisse meiner Frau hat. Und die Bedürfnisse meiner Frau erfüllen kann. Hilf mir, dass ich ihre Gefühle verstehe, auch wenn ich vielleicht nicht genauso denke wie sie. Lass mich euch etwas sagen, was mir ganz wichtig geworden ist. Über Gebet. Je mehr ich spezifisch bete, Praktisches Beten nenne ich das. Wenn ich, wo es ums wirkliche Leben geht. Je aufrichtiger und präziser ich bete zum Herrn, desto genauer und spezifischer antwortet er auch. Und je spezifischer er antwortet, desto mehr erkenne ich seine persönliche Fürsorge für mich. Er ist ein persönlicher Erlöser. Wir brauchen diese Beziehung. Wir brauchen dieses praktische Beten. In unseren Gebeten der Liebe. Die Ehe ist ja ein sehr weites Feld. Und wir haben nur einige Bereiche daraus in den letzten fünf Tagen angesprochen. Aber die Ehebeziehung wurde uns als Menschen gegeben als der größte Segen. Und wenn Gott im Zentrum unserer Beziehung steht, denn Gott ist der Schöpfer dieser Beziehung, dann kann Gott auch und tut Gott große Dinge in unserer Beziehung. Und wir fragen uns dann, wie es jemals besser werden könnte. Aber es wird besser. Aber wir haben persönlich Verantwortung in dieser Beziehung. Sie zu schützen. Ja, sie zu bewahren. Sie reinzuhalten. Und wir haben einige Zeit darauf verwendet, wie wir moralische Reinheit in unserer Ehebeziehung aufrecht halten können. Und bei moralischer Reinheit haben wir darüber gesprochen, dass sie hier oben in unseren Gedanken beginnt. Denn wenn wir hier rein sind und er hier rein ist, dann haben wir eine reine und wunderschöne Beziehung. Und eine Sache, um eure Beziehung reinzuhalten, ist, wenn du keine Geheimnisse hast vor deinem Ehepartner. Dass du nicht sagst, oh, er wird ja nie rausfinden, dass ich hier auf meinem Facebook-Account mit dieser Person kommuniziere. Er findet das ja eh nicht raus, ob ich den Kindern das zu essen gebe, wo er gesagt hat, er möchte nicht, dass sie das essen. Er wird auch nie erfahren, welche Bücher ich lese oder welche Zeitschriften. Wird er das rausfinden? Natürlich. Er wird nicht unbedingt die Ursache rausfinden. Aber er wird irgendwie merken, dass etwas nicht stimmt. Denn du kannst nicht vollständig offen sein gegenüber deinem Ehepartner, wenn du Dinge geheim hältst und hoffst, dass er sie nicht rauskommt. Sei doch aufregend. Ich musste meinem Ehemann Dinge sagen, die waren peinlich für mich. Für die habe ich mich geschämt. Ich wusste nicht, warum ich sie jemals gedacht habe oder getan habe. Aber als ich zu ihm kam, mein Herz geöffnet habe und gesagt habe, das und das ist passiert. Und ich bin aufrichtig und ehrlich. Hatte er immer einen sanften Geist und ein vergebenes Herz. Und wenn wir bereit sind, unseren Fehlern ins Auge zu sehen, dann sind wir auch bereit, unseren Fehlern zu lassen. Wenn wir versuchen, ihn zu verstecken, geheim zu halten, hinter unserem Rücken, musst du ihm ja nicht sagen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich wieder in die gleiche Falle reinfallen werde. Weil es hier oben nicht verschwunden ist. Und weil es hier nicht richtig gestellt wurde. Ich bin sehr froh, dass meine Frau dieses Thema angesprochen hat. Keine Geheimnisse. Und ich möchte nochmal unterstreichen, dass die Art und Weise, wie wir in solchen schwierigen Situationen dann reagieren, ist lebenswichtig. In dem Moment, wo der Mann oder die Frau wirklich den Vorstoß macht und über etwas spricht, was sie vorher geheim gehalten haben, für das sie sich schämen. Das ist nicht der Moment, wo man sagen kann, ich kann nicht glauben, dass du das gemacht hast. Und sie von dir wegweist. Wenn wir jemals die Gnade Gottes brauchen, wenn wir jemals diese Geisteshaltung eines Erlösers brauchen, dann ist es in diesem Moment. Oh, dass wir doch Jesus sehen könnten, wie er uns annimmt, wenn wir zu ihm in Reue kommen. Niemals weist er uns zurück. Niemals wird er uns das Gefühl geben, dass wir schmutzig sind. Nehmen wir doch an uns den Geist Jesu Christus. Möge er unser Herz weich machen für den Schmerz, den wir in so einem Moment spüren. Und dass wir merken, dass wir vorwärts gehen müssen jetzt. Wir haben damit so oft Kontakt gehabt, in so vielen Ehen. Wir haben Menschen gehört, die gesagt haben, die haben gesagt, es ist zu klein und es ist zu spät. Er hätte ihm leidtun müssen vor sechs Monaten. Und seine Reue müsste größer sein. Bitte geht nicht diesen Weg lang. Gott möchte uns über diesen Punkt hinausführen. Ja, dann haben wir darüber gesprochen, in guten wie in besten Tagen. Warum möchten wir die beste Beziehung haben, die möglich ist? Denken wir darüber mal ganz rational nach. Möchtest du denn zu Hause sitzen mit negativen Gefühlen und mit Frustrationen und sagen, es ist eine schreckliche Gefühle überhaupt? Und immer wieder in diesen Fehlern der Vergangenheit leben und die immer wieder durchmachen. Ja, also die immer wieder neu zu durchleben. Oder wir können uns entscheiden, in der Gegenwart zu leben. Wir können uns entscheiden, das Beste aus diesem Moment zu machen. Wir hatten einen wunderbaren Moment, bevor wir hier runtergekommen sind. Wir hatten nur etwa zehn Minuten vor diesem Vortrag zwischen dem Termin, der vorher war und jetzt diesem Vortrag. Und wir mussten aber noch das Thema für heute Abend vorbereiten. Und wir hatten ein paar Minuten zu sparen. Und wir haben diesen Moment entlösen. Und ich sagte zu meinem Mann, möchtest du, dass ich mich auf deinen Schoß setze? Und ich habe gesagt, ja sicher, ich freue mich, wenn du auf meinem Schoß sitzt. Mach das Beste aus den Momenten, die du hast. Ja, erzähl, wie es weitergeht. So setzt sie sich auf meinen Schoß. Und wir hatten so ein paar Momente von romantischer Zuneigung. Und dann sagt sie zu mir, was würden die Leute jetzt denken, wenn sie uns sehen können? Und dann sagt er, ja, die hätten ihre Freude daran. Und ich konnte immer noch so sein Parfüm riechen von heute Morgen. Aber ich musste sehr nahe kommen. Also, mach die Ehe so gut, wie sie sein kann. Und sie kann jeden Tag besser werden. Warum würden wir das denn nicht wollen? Wir merken das ja, wie wir auf diese kleine Geschichte reagieren. Wir sagen, das ist doch wunderbar. Da, wo es sich unterscheidet, ob das eine Wirklichkeit ist oder ein Traum, ist an dem Punkt, wo wir uns entscheiden. Wir können uns entscheiden. Wir können es schaffen. Wir werden es noch ein paar Mal üben. Der letzte Bereich, über den wir gesprochen haben. Die letzte Kategorie, die war so über die ganze Woche verschreut. Eltern sein und erziehen, Familienbeziehungen. Wir hoffen, dass wir wirklich klargemacht haben, die Familie kommt an erster Stelle. Ist die Familie wirklich an erster Stelle unter Gott? Geben wir wirklich die Zeit und Energie zu unserer Ehe, zu unserer Familie? die zeigt, wie wichtig sie uns wirklich ist? Oder ist es so, dass wir allzu oft sagen, ich bin zu beschäftigt heute? Vielleicht am Wochenende. In drei Wochen fahren wir in die Ferien. Dann wird Papi Zeit für dich haben. Liebling, Papi hat ein Projekt, was er unbedingt fertig machen muss. Aber in ein bis zwei Wochen soll ich damit fertig sein. Wenn das eine Ausnahme ist, dann ist es okay. Kinder sind sehr verständlich. Aber wenn wir so Tag um Tag reagieren und Woche um Woche, dann werden wir ernten, was wir sehen. Und dann eines Tages sagen wir, Liebling, sprich einfach zu mir darüber. Ich merke, dass dir da irgendwas auf dem Magen liegt. Und dann sagen sie, nein, Papa, ich will mit dir darüber nicht sprechen. Ich kann mit dir nicht wirklich sprechen. Aber Liebling, warum kannst du nicht mit mir sprechen? Papa, weil ich mich da nicht wohlfühle mit dir. Du hast nie Zeit für mich. Ich habe schon mit meinen Freunden darüber gesprochen, weil die Zeit haben zum Zuhören. Freunde, wir müssen wirklich die Familie an erste Stelle setzen. Unser Jüngster ist 26 Jahre alt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich aufgegeben habe, um jeden Tag Zeit für meine Kinder zu haben. Wenigstens ein bisschen. Aber ich kann euch für Stunden erzählen, was wir gemacht haben, als wir da zusammenzuhalten waren. Ich kann euch nicht sagen, welche Projekte ich beiseite gestellt habe und ich habe dann insgesamt zwei Tage länger gebraucht. Aber ich kann euch Geschichten erzählen, wo meine Kinder zu mir kommen und gesagt haben, Papi, du... Wir sind wirklich wichtig für dich. Du sorgst dich um uns. Dafür, das ist unbezahlbar. Das tut mir nie leid, dass ich das gemacht habe. Ich habe mit vielen Männern gesprochen im vorgerückten Alter, denen die Tränen im Gesicht herunterlaufen. Und die sagen, ich habe meinen Kindern ein Zuhause gegeben. Ich habe ihnen Kleidung gegeben. Ich habe ihnen eine gute Ausbildung gegeben. Und dann habe ich herausgefunden, alles, was sie wollten, war ich. Aber ich habe mich ihnen nie gegeben. Lass nicht zu, dass das passiert. Wenn das gerade passiert bei dir, dann kann sich das ändern. Denn durch die Gnade Gottes können wir es tun. Einen Tag haben wir gesprochen über wiedergewinnende Disziplin. Wir haben über die Wichtigkeit gesprochen, nicht nur auf das negative Verhalten des Kindes zu schauen und Ausschau zu halten, nach Wegen, das zu korrigieren. Wir haben in der Bibel erkannt, dass wir einen Plan brauchen, wie wir unser Kind erziehen. Und das haben wir im 1. Mose gefunden. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, unsere Kinder zu lehren, was richtig ist. Das ist das intellektuelle Wissen. Aber du musst nicht alles, was richtig ist, deinen Kindern sagen, weil sie wissen schon sehr viel. Der Heilige Geist spricht ja auch zu ihrem Gewissen. Woher wissen wir das? Wir hatten die Erfahrung bei uns zu Hause. Wir haben unseren Kindern niemals gesagt, ihr könnt nicht an das Glas mit den Keksen gehen und einen Keks rausnehmen und euch dann verstecken und ihn essen. Aber als sie da hingegangen ist, um den Keks aus dem Glas zu nehmen, hat sie ihn nicht vor Mama gegessen. Ich wusste nicht, dass sie ihn isst, bis ich in das Wohnzimmer gehe und ich sehe dann plötzlich unter dem Vorhang so zwei Zehen und ich ziehe den Vorhang zur Seite Der Heilige Geist wirkt durch das Gewissen. Wir sind geschaffen nach dem Bilde Gottes. Wir sind geschaffen worden, um zu wissen, was gut ist und das Gute auch zu tun. Es war niemals Gottes Absicht, dass wir Falsches oder Böses tun. Aber hier stehen wir jetzt und wir alle kennen den Unterschied. Und ich danke Gott, dass als Adam und Eva gesündigt haben und die Sünde kamen in die Menschheit, hat er niemals aus seinen geschaffenen Wesen das Wissen um das Gute, was gut ist, herausgenommen. So lehren wir unsere Kinder Intellektuelles Wissen, richtig und falsch und Gott hilft uns dabei. Und dann trainieren wir unsere Kinder, das ist hands-on, wie man das tut, in der Praxis. Und das ist ein Prozess, den wir immer wieder wiederholen, das geht nicht beim ersten Mal. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dem Kind positive Rückmeldungen zu geben. Ich habe herausgefunden, dass es manchmal schon reicht, wenn ich meine Kinder anschaue und sie anlächle. Und dieses Lächeln kann so ein mächtiges Werkzeug sein, dass sie schon motiviert sind, in diese Richtung weiterzugehen. Wir müssen viel mehr Zeit darauf verwenden, das Gute, was wir sehen, weiter zu ermutigen. Und je mehr Zeit wir verbringen in diesen drei Bereichen, desto weniger Zeit müssen wir darauf verbringen, das Falsche, was wir sehen, zu korrigieren. Und ich möchte noch mal die Wichtigkeit des Gebetes betonen, wenn wir unsere Kinder erziehen. Gott ist nicht interessiert an äußerlichen Reformen. Und wir wollen auch nicht, dass die Kinder äußerlich gehorten sind. Gott geht immer um das Herz. Und wir möchten, dass diese Entscheidungen aus dem Herzen herauskommt. Wenn es daher kommt, dann ist das eine lebensverändernde Kraft. Und mit Gott können wir unsere Kinder so trainieren, wie er das möchte. So, zum Abschluss heute Abend. Es gibt drei Gruppen. Die ermutigte Gruppe. Ja, ich habe Bereiche gesehen, in denen ich schwach bin. Aber ich sehe Wege, wie Gott das umkehren kann. Ich möchte mit Gott zusammenarbeiten. Und er wird den Unterschied machen. Oder wir können uns entscheiden, immer noch uns total erschlagen zu fühlen. Wir tragen immer noch die schwere Last, mit der wir gekommen sind. Die ist jetzt vielleicht sogar noch schwerer geworden. Und jeden Tag wird es schwerer und schwerer und schwerer. Oder wir können uns immer noch dazu entscheiden, in der Gruppe der Entmutigten zu sein. Es ist zu schwer, klappt niemals und ich gebe auf. Wir können uns entscheiden, wie wir dieses Seminar verlassen wollen. Und für uns, wir haben uns entschieden, in der ersten Kategorie von hier zu gehen. Denn wenn ihr denkt, dass wir nur zu euch sprechen, wir sprechen auch zu uns. Denn denkt nicht, dass wir nur zu euch sprechen. wir sprechen genauso auch zu uns selber. Und wenn wir diese Seminare halten oder die Camp Meetings, dann sind wir mehr motiviert, wieder aufzustehen, wenn wir fallen, und zu wissen, dass er das tun wird, was er auch versprochen hat. Also wir entscheiden uns zu glauben, dass wir es tun können. Denn wir tun es nicht alleine, wir tun es durch Gottes Kraft und durch ihn sind alle Dinge möglich. So wir können heute Abend einen einfachen englischen Satz heute Abend ausprobieren. Alles zusammen. Wir können es tun. Sehr gut. Sehr gut. Und warum nicht wir zusammenbleiben noch einmal. Denn so wird das funktionieren. Vater, wir möchten, dass du unsere Herzen nimmst. Wir möchten, dass wir ganz dein sind. Wir legen uns vor dich her. Wir legen unsere Pläne vor dich her. Unsere Pläne. Wir möchten deinen Willen tun. Wir möchten die richtigen Entscheidungen treffen für dich. Die richtigen Entscheidungen, in denen wir unsere Schwachheit mit deiner andauernden Stärke verbinden. Wir möchten bessere Christen sein. Bessere Repräsentanten des Weges der Heiligkeit. Bessere Ehemänner und Ehefrauen. Bessere Eltern. Bessere Kinder. Vater, wir möchten das Beste sein, was du machen kannst. Wenn wir fallen, hilf uns, dass wir wieder aufstehen. Nicht aufgeben, sondern aufstehen und vorwärts drängen auf unserem christlichen Weg. Und Vater, wenn wir nicht mehr die Gelegenheit haben, noch einmal zusammen sein mit diesen Brüdern und Schwestern, hier mit unseren Freunden, mögen wir das Vorrecht haben, uns wiederzusehen im Himmel. Wo wir unsere Leben mit dir verbringen werden, in alle Ewigkeit. Im Namen Jesu. Amen.